Es freut uns, dass ihr auch heute wieder unserer CD-Präsentation lauscht und es erklingt gleich ein kurzer Ausschnitt des dritten Titels von unserem neuen Weihnachtsalbum. Die meisten Lieder hat Zwini für uns geschrieben, aber auch zwei traditionelle Stücke sind auf dieser CD enthalten. Wir hatten ja bereits vor einiger Zeit ein Weihnachtsalbum veröffentlicht und wurden im Advent oft darauf angesprochen, wann es denn endlich eine neue CD gibt. Wer kann uns per E-Mail die Frage beantworten, in welchem Jahr unser erstes Weihnachtsalbum mit dem Namen »Wahre Weihnachten« erschienen ist? Unter allen richtigen Antworten verlosen wir am 15. Dezember den Gewinner eines Exemplars unserer neuen Scheibe. Die Antwort auf diese Frage versteckt Zwini in einem Beitrag der nächsten Tage. Und nun drehe ich das heutige Kalenderblatt um. Da. Also ganz zu einfach wollen wir es ja an die Uni machen, ne? Also gefunden. Ja, wir hören nun kurz hinein in »Sind die Lichter angezündet«. Sind die Lichter angezündet, rings ist jeder Raum erhellt. Weihnachtsfriede wird verkündet, zieht hinaus in alle Welt. Leuchte Licht mit hellem Schein. Überall, überall soll Friede sein. interactions mit cough. Vielen Dank.